Wie geht es dir heute? Mir geht es gut. Ich freue mich über das schöne Wetter. Mir geht es nicht so gut. Bist du krank? Ja. Ich habe Durst. Ich trinke ein Glas Wasser. Ich habe Hunger. Ich habe mir eine Bratwurst gekauft. Super! Ich habe gute Laune. Ich bin müde. Ich habe heute viel gearbeitet. Ich freue mich auf morgen. Ich war morgen in Urlaub. Wir sind glücklich. Ich habe eine neue Freundin. Ich habe einen neuen Freund. Ich friere. Es ist wirklich kalt heute. Ich bin traurig. Ich fühle mich einsam. Ich bin im Stress. Ich habe zu viele Termine. Ich bin entspannt. Ich habe heute frei. Ich bin nervös. Ich habe morgen eine Prüfung. Ich bin gut drauf. Ich bin gut drauf. Warum? Mein Auto ist kaputt. Mir geht's prima. Ich habe Geburtstag. Ich bin great. Ich bin außerhalb. Ich binам euer auf dich. Warum? Denk mal drüber nach! Ich bin gespannt auf die neue Folge meiner Lieblingsserie. Ich bin motiviert. Ich habe viele Ideen. Mir ist langweilig. Ich weiß nicht, was ich tun soll. Du siehst nachdenklich aus. Ja, ich muss mich entscheiden. Du siehst angespannt aus. Ist alles in Ordnung? Ich warte auf einen wichtigen Anruf. Du siehst sehr ernst aus. Ja, ich muss dir etwas Wichtiges sagen. Ich bin verliebt. Ich habe Schmetterlinge im Bauch. Ich vermisse dich. Ich denke die ganze Zeit an dich. Ich bin dankbar. meiner Familie geht es gut. Ich bin zufrieden. Mein Deutsch ist schon viel besser geworden. Ich bin auch Guys今日 mitonyms Raphael ... M unserer Jungen Marie ... … Untertitelung des ZDF für funk, 2017